Moin, 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 heiß guten Tag, guten Tag, schönen Freitag zusammen. Der Kollege Boris Brandt und ich treffen uns gleich und ihr könnt das sehen heute Mittag ab 14 Uhr auf unserem YouTube-Kanal. Wir sprechen natürlich über die Wiedersehensshow vom Sommerhaus der Stars. Dann über das unglaublich peinliche Wer fehlt Millionär mit den Pochers von gestern Abend. Hast du nicht gesehen? Guckst du bei uns rein? Wir reden drüber. Und, was Boris noch nicht weiß, ich werde exklusiv nachfragen. Was hat es mit der Fusion von Daniel Rosemann und Stefan Raab zu tun? Fragen über Fragen. Fernsehschatztruhe Spezial, der Podcast. Heute Mittag 14 Uhr online auf unserem YouTube-Kanal. Sollte man reingucken, auch die Kollegen DWDL und Quotenmeter und Wunschliste und wie sie alle heißen. Eventuell holt der Boris da was raus. Ich weiß ja nicht. Also, heute Mittag 14 Uhr. Einschalten in Hamburg sagt man Tschüss.